Hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV Simulation. Ich bin's, der Bier begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer weiteren Ausgabe der ÖPNV News hier heute am Sonntag. Ich muss mich leider wieder mal entschuldigen, mich hat's wieder mal wüchte, dementsprechend näsel ich so ein bisschen, aber wir haben aber ein paar spannende Themen, die wir euch nicht vorher halten wollen. Natürlich ein Thema, worauf ihr euch am meisten freut. Dementsprechend fangen wir jetzt an mit den News. In dieser Woche ist ein neuer Bus-Ellon für Omzi 2 erschienen. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge des italienischen Busherstellers Iveco. 2013 bringt Iveco, der Weltmarktführer im Bereich der Überlandbusse, seine neue Reisebusreihe unter dem Namen Iveco Bus auf dem Markt. Basierend auf dem Irisbus Crossway Low Entry hat Iveco die Reihe der Crossway Busse auf den neuesten Stand der Technik gebracht, mit besserer Verarbeitung, besserem Preis-Leistungsverhältnis und verbesserten technischen Eigenschaften. Der Erfolg dieser neuen Reihe von Crossway Low Entry Bussen ließ nicht lange auf sich warten. Die Iveco Bus Familie Low Entry Bus bietet die Möglichkeit, diese Fahrzeugserie in ihrer Gesamtheit zu entdecken. Insbesondere mit ihren 40 Modellen, die eine unschlagbare Anzahl für die Anpassung an die Realität ermöglichen. Was haltet ihr von den Iveco Bussen? Ist das eurer Meinung nach der größte Schrott auf den Straßen oder eine willkommene Abwechslung zu Mercedes-MN und Co.? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare. Es gibt neue Informationen zur C2 Stadtbus Familie. So steht folgendes auf der Seite von Harlicon. Von dem in der Entwicklung befindlichen Omzi 2 Addons C2 Familie Vol. 1 Stadtbus möchten wir hier einige Work-in-Progress Bilder zeigen, die den Stand der Entwicklung dokumentieren. Leider mussten wir in der Vergangenheit mehrfach das Entwicklerteam ändern, nähern uns aber langsam den Veröffentlichungszeitraum. Ein genauer Termin steht noch nicht fest. Auf den Bildern sind unterschiedliche Fahrzeugvarianten sichtbar, welche sich im Lieferumfang befinden werden. Neben der Solo- und LE-Version ist dies auch eine Gelenkbus-Variante. Bitte beachten Sie, dass diese Bilder aus der Entwicklung stammen und nicht dem finalen Modell entsprechen müssen. In der aktuellen Phase wurden noch etliche Modifikationen hinzugefügt, damit später die Busse eine größere Anzahl an Varianten haben. Das betrifft unter anderem verschiedene Türen, Warentöne, Matrix-Systeme und Farben. Über die Auswahlmöglichkeiten werden wir eine gesonderte News berichten. Wie gesagt, das steht aktuell auf der Seite von Harlicon. Den Link packen wir euch unten in der Videobeschreibung, schaut es da gerne mal vorbei. Aber was sagt ihr dann zu den Bildern? Nutzt doch gerne die Kommentarfunktion. Es gibt für den Fernbau-Simulator einen kleinen Hotfix, Update 29 Hotfix 1, so nennt er sich. Es ist eine relativ kleine Change-Log, dementsprechend wurde hier folgendes. DLC-Top-Class-ID-Cross-Selector wurde hier behoben, Kennzeichen von tschechischen Polizeiautos wurden behoben und Korrekturen von Level-Art-Grafiken wurden ebenfalls hier überarbeitet. Den folgenden Change-Log packe ich euch unten in die Videobeschreibung, falls euch das ganz interessiert. Wir werden uns diesen demnächst hier auch auf dem Kanal wieder anschauen. Mit der Erweiterung der Bahnstrecke Leipzig-Rieser wird die beliebte Bahnstrecke Rieser-Dresden um 65 Kilometer und weiteren Zügen der Deutschen Bahn erweitert, sodass nur eine komplette 153 Kilometer lange Hauptstrecke zwischen Leipzig und Dresden zur Verfügung steht. Sie müssen das Add-on Bahnstrecke Rieser-Dresden besitzen, um die in diesem Add-on enthaltenen Strecken-Erweiterung spielen zu können. Enthaltene Szenarien, eine Auswahl an spannenden Karriere-Szenarien sind enthalten, die eine Vielzahl von Passagierfracht- und Rangierfahrten abdecken. Für Besitzer der DB 146.5 und BR 668.2 in der City 2 ist auch ein Bonus-Szenario enthalten. Der DEC ist ab sofort auf Stream verfügbar für 29,99 Euro. Und damit endet die News auch schon wieder. Es ist zur Zeit gerade nicht viel los, aber wenn ihr natürlich noch ein paar spannende Themen gefunden habt, dann nutzt doch gerne die Kommentarfunktion, schreibt es am besten unten mit rein. Und falls ihr gerne eure ganzen gefundenen Sachen hier auch in den News präsentieren wollt, dann bewerbt euch doch einfach bei uns als Redakteur. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen, jede Unterstützung hier zählt. Dementsprechend verabschiede ich mich jetzt und bedanke mich, dass ihr dabei wart, wünsche euch noch einen schönen Restsonntag und wir hören uns dann hoffentlich demnächst hier wieder. Bis dahin, danke fürs Zugucken, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal.